Hi, wir sind heute in Emsdetten bei TC und haben heute unsere Fahrzeugpräsentation. Die neuen Wagen, lasst euch überraschen, das wird mega geil. Ja herzlich willkommen nochmals nun auch von meiner Seite. Ich möchte mich erstmal mega bedanken bei der Firma TC, dass ihr so einen riesen Aufwand betrieben habt. Ich bin total stolz, was wir euch heute vorstellen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.